Hallo Leute, heute ist Mittwoch, der 1. April 2020 und wir befinden uns immer noch in der dritten Woche des Deutschunterrichts während der Corona-Quarantäne. Heute möchte ich euch ein bisschen was über die Körperteile beibringen im Deutschen. For some of you this will be review, but all of you should know this. So today we're going to talk about body parts and let's get started without any further ado. Here you see the drawing of our individual. Da oben steht in rot der Körper, the body, oder die Körperteile, the body parts. So one of your assignments is going to be to draw a person and label it like this. So hier oben haben wir den Kopf. Das ist der Kopf, the head. Da gibt es das Haar, the hair, singular, or die Haare, plural. More commonly people say die Haare, but you can also say das Haar, like the unit of hair. Die Augenbraue, this thing over here, or plural, die Augenbrauen, is based on das Auge, oder die Augen, so the eyes, the eye, or the eyes, and the eyebrow, or the eyebrows. Dann haben wir hier die Nase. Das ist meine Nasenspitze, the tip of my nose. Die Nase. Das Ganze macht das Gesicht. That whole thing is the face. Da gehört auch der Mund dazu. The mouth belongs to the face, too. Der Mund. Unter dem Mund ist das Kinn. Under your mouth is your chin. Dann haben wir hier auch den Hals. Your throat. If you're a man, you have einen Adam's Apfel. Adam's Apple. Remember? Apfel. From A. Das Video, wo man A sagt. The video where we're practicing A. Hier hinten haben wir den Nacken. Neck. So the back of your neck is your neck versus the throat. It's more the front. Oh, we skipped das Ohr. Und die Ohren. Ear and ears. Die Schulter. Und die Schultern. Because you have two of them. This thing here, on your backside, is der Rücken. It's your back. Das ist die Brust. Your chest. Und der Bauch. Your belly. You got all these. Das Kinn. Der Arm oder die Arme. Arm und Arme. Now, if you were to put a couple dots right here and make it Arme, that would mean poverty. Because arm, lowercase, can also mean poor. Some of you guys in Level 2 might remember me talking about that. Hier haben wir einen Ellenbogen oder die Ellenbogen. Und genauso geht's mit der Hand und die Hände. So es ist die Hand, aber ich habe gesagt mit. So that puts it in dative. So we switch to der Hand. Because the sentence that I spoke said the same thing applies to the hand, which puts the hand grammatically in dative. So really it's die Hand oder die Hände. Die Hände bestehen aus Fingern. Hands consist of the fingers. So we have den Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger und den kleinen Finger. So Dumb, Daumen, Zeigefinger. Zeigen, to show. So show our finger. Mittelfinger is self-explanatory, Mittelfinger. Ringfinger, wo man den Ring trägt. Und der kleine Finger, the little finger. Hier abbedeckt von einem Blatt, covered by a leaf, sind die Geschlechtsorgane. The gender organs. You could also use this kind of construction and say die Geschlechtsteile. Dann haben wir hier das Bein oder die Beine, when you have both of them, the legs. Und das Knie oder die Knie. Sometimes you hear people say das Kniegelenk, because Gelenk means joint. We skipped over der Hintern, that's your rear end. Und die Hüften, the hips, which I didn't label. Then we have der Knöschel, that's your ankle. Und der Fuß oder die Füße, the foot or the feet. Die Ferse, this is your heel. So if someone's after you, dann sind sie dir auf den Fersen. They're on your heels. And you may have wondered why you weighed in mud. In English, because die Wade is your calf. An den Füßen habt ihr Zehen. You have 10 Zehen. You have 10 toes. Der Zeh is one of them. Der große zum Beispiel, the big one. Aber man hat normalerweise 10 von denen. Normally people have 10 of them. So these are the body parts. So again, I want to try to get a good shot of my little drawing here for you guys. Before we flip the script and start talking about body parts grammatically. Feel free to look online. There's plenty of labeled drawings like that. As you're creating your own. And remember, that's part one of your assignment. Part two will be to record yourself saying these sentences here. And part three will be to also translate. So the list of sentences is on your Schoology. And if you notice, I underlined here in red. Füße stehen. Feet stand. So the things you do with the respective body parts. Excuse me. Body parts. So Beine laufen. Legs walk or run. Nase riechen. So with your nose, you smell. Although, die nase kann auch laufen. Die nose kann run. If you have a cold. Augen können sehen. Hände tun. To do. To do is a very versatile verb. And in Germany, you will hear little kids that are just learning to speak. Or speakers of another language that are just learning German. They will use Tune quite liberally. But the Germans don't use it very often. I actually have a couple examples here for you guys. Any of these body parts, you could say, Es tut weh. It hurts. It does hurt. Which is a similar construction to Es tut mir leid. This is how you say, I'm sorry. Literally, it does me suffering. You guys should remember me talking about this in class before. Because it's a very common story. But where are we here? Number 5. Mit meinen Händen kann ich viel tun. Meine Hände können viel tun. First, I said, with my hands, I can do a lot. Then I said, what actually is written here. Meine Hände, my hands, können, they can, viel tun. Do a lot. So if you notice, grammatically speaking, a lot of these sentences, the reason I wrote them this way, is not only so that you can use your vocab, body parts, and respective actions that go together, but also most of these are in the dative because with a certain body part or organ, you're doing something, which makes it grammatically in the dative. And also, we're reviewing possessive pronouns because all these body parts belong to you, which is why you can control them. So your feet, your legs, your nose. And of course, kann, können. To be able to, to can. Modal verb. So this is a nice little review chunk for you guys. And let's run through the rest of them real quick before we go through it in detail. Mit meiner Zunge schmecken. Tongue taste. Zähne kauen. Teeth chew. Ohren hören. Ears here. Haut. Kann fühlen. Skin can feel. Mund. Kann essen und sprechen. Your mouth can eat and speak. Mein Herz klopft. Your heart knocks, literally. Es kann auch schlagen. It can beat. Oder pochen. It's a little bit more poetic. Es pocht. Und es hält euch auch am Leben. Keeps you alive. Und im Gehirn entstehen die Gedanken. Brain and thoughts. So let's do all these sentences here so that you guys can have a reference when you're recording them. So erstens. Könnt ihr mich sehen? Can you see me? Auf meinen Füßen kann ich stehen. On my feet I can stand. Mit meinen Beinen kann ich laufen. With my legs I can run. Meine Nase kann riechen. My nose can smell. Meine Augen können sehen. My eyes can see. My eyes can see. Let's squeeze in the picture here. Meine Hände können viel tun. My hands can do a lot. Mit meiner Zunge kann ich schmecken. With my tongue I can taste. Meine Zähne kauen mein Essen. My teeth chew my food. Mit meinen Ohren kann ich hören. With my ears I can hear. Meine Haut kann fühlen. My skin can feel. Mit meinem Mund kann ich essen und sprechen. With my mouth I can eat and speak. Mein Herz klopft. My heart knocks. In meiner Brust. Inside my chest. Und hält mich am Leben. And keeps me alive. In meinem Gehirn entstehen meine Gedanken. In my brain. My thoughts occur. Or are created. So that's what these sentences mean. That's what they should sound like. Remember. Tune. If you were to literally translate. How do you do. Wie tust du tun. That's not good German. So. Wie geht's. How goes. But tune. Again the two examples. On the chalkboard. It's often used. Es tut weh. Außer Kopfschmerzen. Head pains. Ihr habt Kopfschmerzen. Oder ich habe Kopfschmerzen. Oder du hast Kopfschmerzen. One has head pains. Headaches. Aber etwas tut weh. Zum Beispiel meine Hand tut weh. My hand aches. Mein Zahn tut weh. My tooth hurts. Or aches. That's how that is built. So. Part one. Teil eins. Recap. Eure Zeichnung. Your drawing. And put all the body parts in there. Label them. Part two. Teil zwei. Nehmt euch auf. Record yourselves. Speaking these. Zwölf Sätze. Zwölf Sentences. Auf meinen Füßen kann ich stehen. Mit meinen Beinen kann ich laufen. Meine Nase kann riechen. Meine Augen können sehen. Meine Hände können viel tun. Mit meiner Zunge kann ich schmecken. Mit meinen Ohren kann ich hören. Meine Haut kann fühlen. Mit meinem Mund kann ich essen und sprechen. Mein Herz klopft in meiner Brust und hält mich am Leben. In meinem Gehirn entstehen meine Gedanken. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Jetzt nochmal eine Aufnahme der Körperteile. Hier ist noch ein Bild von den Körperteilen. Ich weiß nicht, ob ihr es tatsächlich lebt, wie viel das hilft. Aber ihr habt die Idee. Also. Viel Spaß. Viel Glück. Bis auf weiteres. Tschüss.